Moin Moin und herzlich Willkommen zu Nachschlag. Heute geht es jetzt das zweite Mal darum, wie ihr SSH-Guard auf Debian 11 zum Laufen kriegen könnt, um euer System damit abzusichern. Das ist leider nicht in Debian 11 vorhanden, darum bauen wir ein eigenes Paket und das geht dieses Mal leichter als in der vorigen Ausgabe, wo ich das schon mal vorgestellt habe. Aber vorher noch ein bisschen zu mir, meine Selbstbeweihräucherungsseite. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und bin Dienstleister zu allem, was irgendwie mit Linux und freies Software zu tun hat. Und in der Zwischenzeit habe ich schon einige Systeme von Debian 10 auf Debian 11 aktualisiert. Das SSH-Guard fehlt leider weiterhin in Debian 11 und ich denke mal, es wird auch nicht nachträglich noch reinkommen. Was man damit überhaupt machen kann, warum das überhaupt sinnvoll ist, dass ihr SSH-Guard auf eurem Server betreibt, das seht ihr in dem anderen Video, ist hier verlinkt. Könnt ihr euch das einfach nochmal angucken, was ich das letzte Mal gemacht und erklärt habe. Ich habe dieses Skript, was ich da in dem anderen Video schon vorgestellt habe, nochmal aktualisiert. Darum jetzt auch eben Version 2. Der Unterschied ist, die Quelltexte kommen jetzt aus dem Paket, was in dem Debian Unstable schon drin ist. Das haben sie jetzt auf Version 2.4.2 aktualisiert. Das ist jetzt auch auf derselben Versionsnummer, wie es auch vom offiziellen SSH-Guard-Projekt die Quelltexte gibt. Vorher habe ich das eben genommen aus dem offiziellen Quelltext, nur den Quelltext rausgenommen und das Ganze dann kombiniert mit der älteren Version von dem Debian Unstable mit den Metadaten. Das ist jetzt beides eben zusammen in dem Unstable-Bereich und von daher brauchen wir jetzt dieses Vermischen nicht mehr zu machen. Und das Ganze könnt ihr eben herunterladen, hinterher ausführen, hier fehlt noch Version V2 und anschließend habt ihr eben ein Debian-Paket mit SSH-Guard. Was das Ganze jetzt macht, gucken wir uns jetzt nochmal an in der neuen Version. Im ursprünglichen Skript und auch in diesem werde ich wieder meine Dodger-Tools verwenden und dabei eben Skripte bzw. Module, um Paketquellen herunterzuladen. Dodger-Tools sind in einer externen Paketquelle und damit wir die überhaupt importieren können und vor allem die Signatur damit verwenden können, brauchen wir erstmal folgende Pakete. Die müssen wir halt zuerst installieren, damit das funktioniert. Und das kann auf vielen Systemen schon vorhanden sein und wenn es noch fehlt, werden die hier nachgeholt. Dann tragen wir die Paketquelle, das ist das hier, von dort kommen halt die Pakete direkt, werden dort runtergeladen und die tragen wir eben ein in einer neuen Paketquellen-Listen-Datei, dodger-tools.list. Dann importieren wir hier den GPG-Schlüssel bzw. den öffentlichen Teil vom GPG-Schlüsselpaar, mit dem die Pakete signiert sind und nach dem Import kann man halt überprüfen oder bzw. APT übernimmt das für euch, ob die Pakete halt unverfälscht sind und es eben keine Manipulation gegeben hat. Nachdem das alles eingetragen ist, holen wir die neuen Paketquellen-Informationen ab. Also da stehen dann die Liste der verfügbaren Pakete drin in den Versionsnummern. Das holen wir uns dann damit mit APT-GetUpdate runter und anschließend installieren wir halt verschiedene Dinge, die wir halt brauchen, um nachher ein Debian-Paket bauen zu können. Bis auf das Local-APT, das kommt eben aus den Dodger-Tools, ist alles andere ganz normal aus den Paketquellen zu beziehen, die von Debian kommen. Dann als nächstes brauchen wir hier ab diesem Abschnitt eigentlich keine Root-Rechte mehr. Installation von Paketen brauchen wir natürlich Root-Rechte, aber der Rest geht eben auch als normaler Benutzer. Wir legen uns erstmal ein Projektverzeichnis für unser Paketbauen an, das heißt SSH-Guard und wechseln auch gleich da hinein. Dann legen wir lokal in diesem Verzeichnis eine Sources-List an. Das ist so wie unter ETC-APT-Sources-List ihr es auch machen würdet, bloß halt eben lokal. Und da kommen die Paketquellen für Debian SIT bzw. Unstable, Unstable heißt immer SIT, werden dort einmal eingetragen und dann haben wir lokal das Vorliegen in dieser Datei. Als nächstes holen wir uns wiederum die Information über vorhandene Pakete, allerdings nicht global, wie wir das normalerweise machen würden, über ein APT-Update, sondern über Local-APT-Update. Alles zusammengeschrieben mit Minussen dazwischen. Als nächstes holen wir uns dann den Quelltext von dem SSH-Guard und das Ganze wiederum lokal. Also das Ganze geht nicht über das System, sondern wir arbeiten wirklich in diesem Verzeichnis und darum brauchen wir eben auch keine Route-Rechte, um Dinge herunterzuladen. Danach haben wir eben ein neues Verzeichnis mit den Quelltexten für SSH-Guard und eben auch den Metainformationen, wo Debian Pakete Informationen ablegen, wo denn drin steht, welche Versionsnummer das hat oder welche Abhängigkeiten wir haben, um das Paket bauen zu können oder ausführen zu können. Das haben wir jetzt alles hier drin in diesem Verzeichnis. Da gehen wir rein und als nächstes bauen wir das Paket mit US, UC und Minus B. Also das Ganze wird nicht signiert und wir möchten bloß Binär-Pakete haben. Dann dauert das Ganze so ein bisschen, dann wird erstmal der Quelltext kompiliert und dann wird alles zusammengebaut zu so einem Debian-Paket. Und anschließend, wenn ihr es halt installieren möchtet, nachdem ihr es gebaut habt, könnt ihr das Ganze mit Route-Rechten, wiederum mit SSH-Guard und dem Paketnamen, also bei mir war es jetzt das, das kann sich auch natürlich ändern, wenn jetzt in der Zwischenzeit in das Debian-Unstable eine neue Paketversion reingekommen sein sollte, heißt es sind vielleicht hier 2, 4, 3 und hier entsprechend auch anders. Also das ist jetzt für den Stand, wo ich das gerade mache, da heißt das Paket, was hinterher rausfällt für mein 64-Bit-System, eben exakt so. Kann sich in der Zwischenzeit geändert haben oder wenn ihr es irgendwann später guckt, haben wir dann ganz tolle Versionsnummern. Ja, das wäre es für diesen Nachschlag. Wenn ihr das ausprobieren wollt, macht das einfach anhand dieser Anleitung, dann habt ihr hinterher wieder euer SSH-Guard-Paket. Guckt hin und wieder mal drauf, ob es vielleicht bei Debian-Unstable eine neue Versionsnummer gibt von dem SSH-Guard, damit ihr auch dort wiederum auf der aktuellen Seite seid. Wer weiß, ob sie da was gefixt haben an Sicherheitslücken, ist immer eine ganz gute Idee, aktuell zu sein bei sowas. Ja, ansonsten wäre es das. Viel Spaß beim Nachmachen. Beim Nicht-Nachmachen abonniert einfach oder drückt die Glocke, je nachdem, wie ihr euch gerade befindet. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020